Hallo Leute, ja, es geht weiter. Hm, ich hab das nicht gefunden. Vielleicht hab ich das schon längst gesehen, aber ich mach erstmal diese Heuschreckenplage hier kaputt, die im Jägerfall, im Jägerpfad ist. Und wo sind die genau? Das muss ich mal wissen. Ich muss auch gleich zur Stadt wieder und die Blumen, äh, analysieren lassen. Um zu wissen, was da irgendwas ist oder irgendwas anderes. Diese dreckigen... Okay, hier ist es nicht. Da muss es irgendwo da hinten sein. Okay. Aber ich muss zugeben, der Boss war leicht. Ihr müsst das auch zugeben, oder? Ich hab ihnen schon mit... Ich hab ihnen so 300 Schaden verpasst und... Boah. Einfach heftig, heftig. Und... Okay, hier sind die auch nicht. Geh ich einfach mal runter. Hier auch nicht. Da muss es oben sein. Ach doch, doch. Wo ja dieser Toni war, da muss es sein. Ja, da sind die. Die Drecksteile. Was denkt der irgendwie, was der da macht? Diese Heuschrecken sind eine der Plagen der Welt. Das Ende ist nah. Roxas, wenn du die... Wenn du die Zerstörung aufhalten willst, dann musst du sie besiegen. Jede Anstrengung hilft. Okay. Dann muss ich das wohl machen. Okay, komm her. So. So. Okay, das ist sehr, sehr gut. Das Schwert. Muss ich zugeben. Ähm. Ja, so. Okay, so. So, so. Okay, das war schnell erledigt. Ähm. Ja. Ja. Hallo. Wie heißen die? Aber da noch. Okay. Ach du heilige Scheiße. Wie riesig die sind. Ähm. Ja, okay. Okay, der erste ist erledigt. Das ging ja schnell. Okay, das war ein Witz. Du hast alle Monster besiegt. Und was kriege ich? Nichts. Du hast alle Monster besiegt. Ja. Super. Und? Oh. Sollen wir wetten? Ein Rezept? Sollen wir wetten? Das ist ein Rezept? Ja. Wie ich es mir gedacht habe. Und was ist... Nein. Tipp. Aha. Das Schwert sieht sehr interessant aus. Okay. Okay. Ich habe das wohl alles. Da gibt es nichts mehr, was ich machen kann. Deswegen werde ich die Karte benutzen. Ronstadt. Ähm. Nein. Ja. Diese Ebene werde ich mal springen. Und ich gehe jetzt einfach mal nach unten. Und nach links. Weil ich so linksradikal bin. Und einfach mal hinrollen. Wie wir das immer machen. Okay. Das haben wir jetzt auch erledigt. Die Blumenbedeutung. Aber gibt es eigentlich irgendwelche Sidequests oder die ich noch machen kann? Das weiß ich nicht. Okay. Das haben wir jetzt auch gemacht. Ähm. Okay. Was hast du zu sagen? Ähm. Ja. Du hast Angst im Dunkeln. Warte. Wo ist eigentlich unser Freund Rex? Oder wie der noch hieß? Ähm. Okay. Das ist wie ihr gesagt. Wie ich es gesagt habe. Ja. Die haben nichts Interessantes zu sagen. Also. Ich gehe jetzt nach links. Ähm. Nach links. Und dahin. Und. Blumenbedeutung. Das wird immer dringend müssen. Hier. Mondschimmer. Sie bedeutet. Ehrlichkeit. Licht sehr viel. Ähm. Ja. Okay. Die grinsende Blume. Schattensonne. Sie bedeutet. Böse Absicht. Haha. Finsternis. Okay. Habe ich noch eine? Äh. Silberne Krone. Sie bedeutet. Erinnerung. Was für eine hübsche Blume. Ja. Und. Habe ich noch eine? Nein. Habe ich nicht mehr. Ja. Okay. Ich will einfach mal mit dir reden. Ja. Reden. Okay. Die sind sehr. Sehr leise. Okay. Ich werde mal speichern. Was ist das? Was ist das? Dann gehen wir mal zu der Festung. Also diesen Berg da. Inhalt. Karte. Elios Berg. Und. Los geht's. Besiege alle Gegner. Ähm. Hallo. Was ist das für eine böse Musik? Stufenanstieg. Ach du heilige Scheiße. Ähm. Okay. Oh. Ich brauche eine Bombe. Waffen. Bombe. So. Was für ein Stufenanstieg. Okay. Sehr gut geschlagen. Dankeschön. Jetzt lass mich in Ruhe. Ah. Das Monster kommt zu mir. Okay. Waffen. Schwert. Ach. Fick dich ins Knie. So. 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 Komm her. Ah. Fick dich ins Knie. Du. Komm. Erledigt. Und Karte. Wo ist das nächste verfickte Monster? Da oben. Aber wie soll ich über diesen. Komm mal her mal. Ey. Wie soll ich diesen Stein da kaputt machen? Wenn ihm ja die Bombe da hilft. Oh. Ey. Ihr wollt mich doch gerade verarschen, oder? Ach. Diese Span... Okay. Ach du heilige Scheiße. Geh, komm. Wie schnell da war. Okay, so. Du stirbst jetzt, oder? Mach ich habe kostbare Zeit vergeudet. Wegen so einer Scheiße. Wie komm. So. Kommst du her? So. Okay. Geschafft. Aber ich habe kein Gold. M-m. Kein Bronze, bitte. Also, kurze Pause. Ich werde das mal kurz nachholen. Okay. Ich habe Silber erreicht. Und es geht einfach mal weiter. Blitzmeldung. Was? Mystische Juwelen. Gefunden. Beim... Ja, okay. Dann werde ich die auch gleich sehen. Wir siegen alle Gegner. Hm. Okay. So. So. Ach, ich brauche die Karte. So. So. Okay, komm her. Kommt her, ihr verdammten Teile. So. Mann. Das muss ich auch gleich wiederholen. Verdammt. Ich kriege Bronze. Ja, ich wusste es. Also, das werde ich auch mal gleich wiederholen. Also, bis gleich. Okay. Ich habe Silber gemacht. Und es geht einfach mal weiter. Oh. Oh. Oh, scheiße. Ähm, ja. Okay. Den habe ich auch analysiert. Und... Was ist das? Wie ein Panzerkopf? Karte. So, 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 so. Okay. Komm her. Okay, der ist ins Lava gefallen. So. Okay, danke. So. Okay, geschafft. Super, super, super. Das war mal leicht. Ich habe Gold, oder? Ja, ich habe Gold. Männergold. Super. Und, kriege ich eine Tafel? Ja, ich kriege eine Tafel. Eine grüne Tafel. Und, was ist das für ein Rezept? Okay, das werde ich mal kurz machen. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay, es geht weiter. Ich habe keinen Bock, jetzt das zu machen. Irgendwie keine Lust jetzt. Und ich kann nach rechts und nach links. Aber wie soll ich nach links? Das ist die bessere Frage. Ähm, ja. Okay, der klettert nicht hoch. Dann muss ich einfach nach rechts. Betätige alle Schalter. Okay. 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 Waffen. Ähm, Geschoss. Ich brauche irgendwas mit Feuer. Scheiße, komm her. Nicht das hier. Okay. Waffen. Ich habe da eine Idee. Eine ganz gute Idee. Okay. So. Und so. Machen wir das hier rein und das hier raus. Komm her mit mir. Danke. Ähm. Waffen. Geschoss. So. Das hier rein. Eine Feuerarmbrust. Und das hier anziehen. Oh, Karte. Verdammte Scheiße. Nochmal. Hallo. Achso. Ey, da kommt mit mir hoch. Ach du Scheiße. Waffen. Hammer. Okay, ich muss mir dahin teleportieren. Lass mich in Ruhe, du Scheiß-Homo-Sapien. Mann. Bleib da unten, verdammte Scheiße. Karte. Jetzt so. Mann. Ey. Ja, fortsetzen. Mann, betätige alles Schalter. Ja. Ja, ich habe es verstanden. Verfickte Scheiße. Nochmal. So ist das also. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt raus. Ich muss da hinfliegen. Und dann von da hier rauf. Jetzt so. Waffen. Geschoss. So. So, so. Und so. Geschafft. So schnell kann es auch gehen. Wenn man nur genau darüber überlegt. Ja. Ich habe Gold. See, Gold. Richtig gute Gold. Oder? Okay. Hier mache ich einen Cut. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.